Was mich ausmacht? Ich bin frei. Direkt. Verspielt. Liebevoll. Sehr aus dem Bauch heraus. Ich bin kraftvoll. Ich bin ein Riesenvulkan, ein Mutterberg. Tief verwurzelt. Und so sicher. Sinnlichkeit und große Gefühle. Gemeinsam ist wichtig. Kreativität und Neugier. Mit Hingabe. Kreativität und Neugier. Kreativität und Neugier. Kreativität und Neugier. Untertitelung des ZDF, 2020